das ist gut, dann geben wir ab und dann müssten wir hier eigentlich auch durch sein, ne? Eigentlich ja, dann gehen wir jetzt weiter zu diesem Turm oder was dort da hinten ist, ne? Genau, genau. Ich glaube, das ist Herdweiler. Kann sein, ja. Oder? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich hab das hier nicht so mit den Namen. Ich auch nicht. Dann haben wir auch was gemeinsam. Ja. So. Was gibt's denn da? 4-Aus-Dauer-6-In? Nachdem, äh, nehm ich doch. Möge alle Reisen, sicher sein. Sag vorsichtig. So, ne, schon gut. Ich hab, äh, Selbstgespräche geführt. Ach so, ja. Ist okay. Okay. Das möchte ich doch auch hoffen. Eine Audienz mit dem Hof, machen wir das jetzt? Ja. Hätten wir doch rüberfliegen können, oder? Äh, weiß ich nicht, ob man da schon, ob man da rüberfliegen kann. Naja, zumindest ist da ein Flugpunkt, der angezeigt wird. Naja, egal, was soll's. Aber wir sind ja so gut wie da. Ob wir jetzt da hinreiten oder zum Flugpunkt, das, äh, bleibt sich gleich. Naja, das stimmt. Du könntest mal auf mich warten. Wir sind böse Kreaturen im Wald und bist so weit weg. Entschuldige. So, jetzt kannst du weiter. So, brauchst du keine Angst mehr haben. Ja. Siehst du, Herdweiler? Mhm. Du bist die WoW-Expertin. Naja. Nö. WoW-Compendium. Alma nach. Ja, schön wär's. Äh, kommst du? Ja. Ich bin nur auf anderen Seite lang geritten. Okay. Bleibt gegrüßt. So, fordert sieben Lehrlinge von Herdweiler zum Kampf heraus und besiegt sie. Man sieht sie. Ja, dann machen wir das doch mal ab. Was ihr wolle? Das ist ja schon komisch, das ist ja auch so. Mann, ihr seid schon hartnäckig, ey. Was ist die? Hartnäckig? Muss was getan werden? Oh, nur gewonnen! Du musst dich heilen? Ja, das muss was getan werden, wir sterben. Was ist das denn für eine Arsch? Nein, Minoko! Schon wieder, ich kann mir das einfach nicht merken, hier wieder bei dem ist da. So, Minoko ist zurück. Gut, dann kann ich euch helfen. Kann ich euch helfen? Boah! Burg Mardenholde, hört sich irgendwie nicht so lecker an. Mardenholde? Willst du denn hin? Ach, ich hab nur geguckt, wer da so rum rennt. Ach so. Ach, falsche Richtung. Ja, und ich lauf wie ein Lemming hinterher, ganz toll. Hallo! So, trefft euch erneut mit Del Garon in den westlichen Pestländern in der Stätte der Heiler. Auf dann! Ja, wer wird schon wieder zurückgeschickt? Oh. Nur durch Zusammenarbeit können wir erfolgreich sein. Äh, was rennst denn du weg? Leb wohl im Alcondo! Richtet den tapferen Männern und Frauen in der Stätte der Heiler meine Grüße aus. Uiuiui. So. Ich bin geirrt. Tötet zehn Blünderer der Rotkiefer. Die Göttin schütze euch. Haben wir nicht gerade erst Rotkiefer-Gnolle da kaputt gemacht? Mhm. Die Ruhe. Bist du auf dem Balken gelandet? Ja. So, dann machen wir erstmal die Spinne. Die riesige. Erst die Spinne. Ja. Ich glaub du spinnst. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ei, 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 ei. diese tollen schenkelklopper hier ja ist echt wahnsinn die haben da alle Angst dann geht da nicht rein das war es schon da gibt es nichts für ganz toll gibt es doch nicht mal eine Schatztruhe oder sowas nee gar nichts so dann gucken wo müssen wir denn die Knolle machen also die sind auf den Wegen ne wir geben dann erstmal die ab ok wo haben wir die denn angenommen gehabt das waren die hier draußen auch ne ich glaub schon ja das können wir dann nämlich schön abgeben das war die Folgequests wo wir hier für die Knolle gekämpft haben da gibt es doch keine neue es gibt ja weniger Quests oder wie früher das mag doch auch sein ja ja gut dann gucken wir jetzt noch den Knollen mhm ich sag die machen wir noch jup und dann runter zur Städte der Heiler jup die auch noch da abgeben die wir da haben und dann Pause dann machen wir erstmal wieder ne Pause genau ja das denke ich auch hier sind keine Knolle ach natürlich da am Turm ach so genau das war das mit dem Turm ja genau und tot da ist schon wieder jemand vor uns da ach das ist sowieso immer der gleiche ja gut dass wir im PvE spielen ja ach ich hab die PvP kam kein Problem so wir gehen einfach mal rein ne ja gibt es hier drinnen was ich weiß es nicht ob es da irgendwas gibt also auf jeden Fall geht es da hoch hm dann gucken wir mal wahrscheinlich rennen wir hier ganz umsonst nach oben mhm hier ist ja doch hier oben hätte es welche gegeben wenn die noch leben würden ok ja das ist natürlich blöd dann wieder runter aber sowas gibt es halt ne ja es gibt sowas so hier liegen auch alles Leichen also hier hinten sind auf jeden Fall noch welche hier hinten sind auf jeden Fall noch welche ja ich sehs jetzt kannst du natürlich den looten auf der anderen Seite genau das ist äh wieder richtig klasse das ist doch normal jup so brauchen wir überhaupt noch fünf Stück ja hier stehen noch im Wald welche rum oh kein Männlein steht im Wald der Königstück süß so vier Stück noch das ist zu weit in der denn das ist zu weit in der jetzt nur noch drei mhm mal gucken ob wir überhaupt noch welche sind da ist noch einer ist noch einen gefunden ja ja auf der karte ja da oben ist noch eine so das war's die können wir direkt abgeben das ist ja super da gibt es eine neue erkundet das versteckte knolle entlang des weges nach hertweiler in den westlichen okay ich konnte leider von dem text wird ja gar nichts lesen nein das ist echt komisch dass bei dir ist mal der quest text ja und bei mir sind die zauberbalken und die links richtig alles was irgendwie in fenster und so ist ja da müssen wir dann nach oben hier oder nicht müssen wir ganz da oben ja hier und müsste eigentlich doch so ein gegner kommen oder nicht dann warten wir bis der wieder kommt bleibt uns ja auch nicht viel übrig da na 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 was liegt mir alles so schönes rum das hier ein Ei ein Ei? naja was soll das hier darstellen das hier da da hier äh wahrscheinlich ich weiß nicht ich sortiere schon mal meine Taschen Taschen sortieren? ja damit das nachher mit Verkaufen schneller geht verkaufen 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 genau damit ich aufgeräumte Taschen habe ach aufgeräumte Taschen sind doch langweilig da findet man doch alles sofort ja ich hab mir das fest vorgenommen was? aufgeräumte Taschen zu haben das sind zwei Stück ja ich sag ja das das sind aber viele ok so Thema beendet so dann können wir die abgeben was war denn das? freundlich Agent um Kurzzug ah ok ähm sprecht mit Morris Wand Ausstatter Mendelef Bray Eisenstock und dem hohen Kleriker Alphos in Hertweiler jo alles klar äh Hertweiler oh Hertweiler ist aber äh Dings ist aber da oben da ist aber dann ja auch Flugpunkt ja 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 und dann können wir ja zur Stätte der Heiler rüberfliegen ist ja kein Problem ok stimmt ok das heißt werde ich da noch ankommen also wieso? meine Framerate ist la kack oh boah das ist ja gemein uiuiui du bleib doch einfach mal stehen und warte naja jetzt schnell schnell reite 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 geht's jetzt wieder ja? ja jetzt gerade geht's gut also wollen wir die eine Quest jetzt noch machen? naja natürlich wir können ja eben zurückgehen und von da aus dann wird rüberfliegen wir werden vorübergehen und das war's dann aber ja ja gut hmmm dann ist das ein weiter Weg und vor allen Dingen hier so anstrengend bergauf zum Glück sitze ich auf dem Bären ja muss der sich anstrengen ja stell dir mal vor du müsstest da latschen oh Gott das wäre ja schrecklich hehehe so wir müssen jetzt reden mit wem keine Ahnung da wo die 1 ist ja ich glaub das sind mehrere Personen ach du Scheiße also hier ist auf jeden Fall ein Flugding was führt euch hier her? also ich... nur die Frage wo ich glaube das waren mehrere Morris Pfand oder Wand Ausstatter Mendelef hier bei mir ist auf jeden Fall einer äh wo bist du noch? da Spree Eisenstein was geht ab? man zieht sich so mit der haben wir gequatscht der warte mal komm mal mit einen weiß ich auch noch und zwar in dem Turm hier im Turm? ja ok da ist der Zauberer wenn wir nicht alles durch naja meistens sind Zaubereier in irgendwelchen Türmen das wäre ja nichts überraschendes ne absolut nicht der fällt mir gerade auf mein Viech ist schon wieder weg ey mein Walkwelpe ja das stimmt meine Katze auch ganz komisch hier steht zwar einer aber ist der das? nö seid gegrüßt dann wird auch die grüne angezeigt ja ist ja merkwürdig ich hab gemeint dass ich wüsste das ich hab's gemeint dass du das wüsstest? ja ja kannst überwiegend runterspringen ja ist erledigt ähm dann ist komm mal hier mit her ich bin da ich bin da ich bin da ich glaube hier ja ja hier ich liefere nur feinste Waren man sieht sich hallo kann ich euch helfen? nein Elun soll nicht mit mir nein krass das ist schön ich kaufe und habe auch für die Allianz was kann ich für euch tun? schönen Tag auch äh wer war das denn jetzt noch? warte mal Moment mal Moment und Hochkleriker ich muss doch hier noch da da also noch einen habe ich auch noch Moment das war falsch der Kleriker wo ist denn der dann? wenn der nicht im Turm ist ah da gibt es zwei Türme ja es gibt noch einen Turm ja ok dann wird der wohl da sein wahrscheinlich fertig? so hier ist der Ausstatter das Licht sei mit euch seid vorsichtig was hat der denn zum ausstatten? der lila Umhang das Licht sei mit euch das Licht sei mit euch seid vorsichtig so jetzt mal hier reingucken ja also ich bin der Meinung immer an irgendeinem Turm das sieht schon eher danach aus hier mit den ganzen Büchern und so ja dann habe ich mich nur im Turm vertan das macht ja nichts letztlich haben wir ihn dann ja vielleicht doch gefunden oh wieder diese olle Wendeltreppe hier ja also bis du da ganz oben bist ne? äh nö wie auch nö nö ich sehe hier zumindest gerade keinen oh das kann doch nicht sein das ist aber das ist aber das ist aber doof das ist mal richtig doof ok und wieder raus hier oh 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 ich mein Gedächtnis dann doch total stich gelassen oder die haben den umge umgepackt irgendwo anders hin das wird sein Blizzard ist schuld ja die haben das Spiel einfach verändert so also der wird jetzt hier hinten angezeigt dann gehe ich jetzt da hinten gucken na gut dann machen wir das na gut dann machen wir das der wird mir hier angezeigt da ist er wahrscheinlich wahrscheinlich ja lasst denn ist hier die